Schirazuri Omosako, 47 cm Lisei, weiblich. Haben wir jetzt das Ei gekauft. Ist jetzt seit Mai da, also 4 Monate. Ist gut gewachsen, 47 cm gutes Maß, wird auch groß, hat einen langen, breiten Kopf. Die Frage ist, wie entwickelt sich die Zeichnung, aber auch sehr schöne Hautqualität. Qualitativ gutes Zoom. Schöne Flossen auf Motocoda und beiden Flossen. Wird groß, 75 cm, wahrscheinlich auch über 80 cm. Bis Mai nächstes Jahr haben wir hier so 55 cm. Vielleicht aber eben mehr, 50 cm, müssen wir schauen. Kommt jetzt drauf an. Wer Interesse hat, kann sich dann melden.